Heute backen wir eine türkische Spezialität, Şekar Pade. So sehen die dann aus, wenn sie fertig sind. Dafür benötigen wir erstmal eine Schüssel. Dann brauchen wir zwei Eier. Zwei Eier. Dann eine Packung Backpulver. Ein Schneebeten. Die Eier zerrühren mit dem Eier. Dann nehmen wir uns ungefähr zwei Esslöffel raus. Damit überstreichen wir nachher die fertigen Kekse sozusagen. Dann kommt unser Backpulver mit hinein. Dann brauchen wir ein Sieb. Mehl. Weizenmehl. Und ein Wasserglas. Wir brauchen nämlich vier Gläser Mehl. Erstmal durchs Sieb hinein sieben. In die Schüssel. Eins. Zwei. Kommen noch zwei mit rein. Das sieben wir hier mit rein. Das dauert natürlich ein bisschen länger, aber das muss man sieben. und die Kamera ein bisschen höher machen. noch zwei Gläser Mehl. Das sieben wir dann langsam rein. Dann brauchen wir Margarine. Eine halbe Packung Margarine sind 250 Gramm. So im nächsten Video zeige ich euch dann wie es weitergeht. Das siebe ich erstmal ganz durch. Und dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter.